Wir sind hier bei Hedin Automotive in Samstager, mein Name ist Ivica Kalusic, ich bin hier der Serviceleiter und ich zeige euch, wie man ganz bequem den Service online buchen kann, via PC, iPad, Service, MFK-Bereitstellungen, Reinigungspaket, Klimadesinfektion etc. Dazu kann man einfach auf unsere Webseite gehen, den entsprechenden Link wählen, Marken auswählen, dann nehme ich zum Beispiel Service nach Anzeigen ohne Radwechsel, dann möchte ich gerne neue Scheibenwischerblätter und ein Pflegepaket in eine Bronze und dann kann ich noch einen Ersatzwagen wählen und schon kann ich freie Termine suchen. Dann muss ich kurz noch meine E-Mail-Adresse eintippen. Und schon haben wir den Termin gebucht für den Montag, 18. Januar. Sobald man den Termin gebucht hat, kommt man per E-Mail-Bestätigung über, dass der Termin bestätigt wird. Sobald man den Termin gebucht hat, kommt man per E-Mail-Bestätigung über. Sobald man den Termin gebucht hat, kommt man an den Termin gebucht.